Guten Abend, liebe Freunde. Hallo. Falk und Simon präsentieren euch ganz stolz die neue Folge von Textlastik, in denen wir durch das alte Japan reisen und Probleme lösen wollen. Müssen. Das Problem ist allerdings weggerannt, denn die Dame, die wir eigentlich abholen sollten, rausholen aus einer Burg, die haben wir gesehen, wie sie zum feindlichen Herr rennt mit wehender Fahne und da irgendwas macht. Und wir haben Briefe gelesen, in denen steht, dass der Burgherr und eine andere Partei, die gerade mit ganz vielen Mendels unten vor der Tür steht und die wollen die Burg sprengen. Und wir haben Briefe gelesen, in denen das dokumentiert ist. Das macht eigentlich keinen Sinn, so eine Burg da zu lassen, macht viel mehr Sinn. Dann kann man nämlich den Hafen schützen. Aber gut. Ach so, ja, genau. Es ging um eine Handelsstraße. Genau. Auf der Karte sieht das sowieso komisch aus. Auf der Karte, die da beim Spiel beilegt. Ja. Auf der ist zwischen Hafen und Wakayama nix. Die Burg liegt daneben. Aber gut. Ja, das ist das, weißt du, früher, da hatte man ja noch nicht irgendwie hier so Google Maps. Und da war das vielleicht alles noch so ein bisschen mit wackerer Hand gezeichnet. Hat man auch mal interpretiert. Diese Karte ist übrigens mit einem Font gezeichnet. Na, das ist ja schön. Ja, nicht komplett. So, ich schaue mich mal um. Aber. Das ist Kalligrafie, könnte man es nennen. Passt ja zum Stil. So, also wir sind gerade in einem Nebenraum. Genau das war. Wir sind ganz hochgeklettert auf den höchsten Turm der Burg. Die letzte Rückzugsmöglichkeit, falls die Burg mal angegriffen und eingenommen wird. Ja, da stehen wir jetzt in irgendeiner Putzkammer und haben in einem Nebenraum diese Briefe gefunden. Wir haben die Kommode untersucht. Was wir noch nicht untersucht haben, ist der Niederer Tisch. Stimmt, genau. Der Untersuchertisch. Der Tisch ist auf Kniehöhe, denn beim Schreiben kniet man für gewöhnlich auf den Boden. Wer kennt es nicht? Schau-Untertisch. Mal gucken. Nichts Ungewöhnliches unter dem Tisch. Na gut. War jetzt eigentlich in dieser Kommode noch irgendwas oder haben wir alles? Untersuche Kommode. Äh, nee. Die Aussteuer ist da drin. Schau-In-Kommode mach ich nochmal. Nee, nichts Ungewöhnliches da drin. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir eigentlich raus aus der Burg. Raus aus der Burg, ja. Dann leite uns mal den Weg. Mal gucken, was so passiert. Ach du liebe Zeit. Wir sind ja immer noch als Geisha vergleitet. Ja, wollen wir das eigentlich mal sein lassen? Nö, das ist doch super. Ansonsten hält uns doch nochmal auf. Das ist doch gut. Er hat recht. Okay, also wir müssen jetzt erstmal nach Norden. Ja, raus. Äh, jetzt sind wir ja wieder bei der falschen Frau Midori. Oh, warte mal. Mhm. Da steht was Neues. Ein starker Windstoß lässt das Turmfenster mit einem lauten Knall nach innen aufschlagen. Äh, was? Ja, wahrscheinlich so eine Art Fensterladen oder sowas. Ja, gut, ich meine. Passiert halt, ne? Wollen wir das jetzt reparieren? Wir können ja einen neuen falten. Ja, dann müssen wir aber unser Papier zurücklassen. Ja, stimmt. Was hast du vorhin eigentlich gefaltet? Ach, ein Schlüssel, ne? Ja, aber das hat er nicht so. Schau, das Fenster guck ich nochmal. Der Blick bringt euch keine neuen Erkenntnisse. Na gut. Gut. Also, das denke ich mir auch manchmal, wenn ich früh durch das gleiche Fenster wie immer gucke. Oh, wie immer. Tschüss. Ja, aber jetzt, also, ne? Ja, nicht wahr. So, also, okay, dann müssen wir jetzt noch runter. Nee, runter, ja. Besser nicht. Nach dem Fiasko mit dem Tee ist wahrscheinlich die halbe Burg auf den Beinen auf der Suche nach euch. Die haben wohl keine anderen Probleme. Okay, dann müssen wir uns abseilen. Ja, guten Tag. Also, ich habe hier einen Wasabi-Tee und ein Heer, was die Burg sprengen will. Lasst uns nach dem Mann mit dem Wasabi-Tee suchen. Falte Schneebesen, weil ich hatte ja den Schlüssel nicht gepasst, äh, gedingst. Schneebesen, ach so. Zu Seil oder so. Das Wort Seil ist dieser Geschichte nicht notwendig. Äh, äh, Leiter, wir machen eine Leiter draus. Ist doch klar. Nee, haben wir nicht. Ihr könnt keine Leiter falten, denn ihr habt es nicht gelernt. Pass auf, Kletter aus Fenster mache ich das nochmal. Ach, guck mal hier. Ihr befindet euch doch in, äh, äh, ihr befindet euch in schwindelerregender Höhe auf dem oberen Dach des Burgturms direkt vor dem Turmfenster. Der kleine Absatz bietet wenig Bewegungsfläche, aber auf dem etwas tiefer gelegenen Dach des darunterliegenden Stockwerks im Norden wäre mehr Platz. Jedoch klafft zwischen dem Absatz und dem tiefer liegenden Dach eine breite Lücke. Durch das Fenster könnt ihr wieder ins Innere der Burg zurück. Ah, wir sind jetzt also draußen. Okay. Eine Lücke. Wollen wir hüpfen? Hüpfen. Ich würde ja springen, aber wenn du möchtest, kannst du auch hüpfen. Ähm, mit dem Schneebesen können wir jetzt nicht weitergehen. Äh, Fallschirm. Töpfchen und die Kanne auch nicht. Genau, Inventar. Nee, ich würde schon irgendwie, wir müssen so ein Brett oder tatsächlich eine Leiter machen, ne? Aber Leiter ging ja nicht. Falte, äh, Schlüssel zu, ja, Brett. Ja, wir haben ein Brett gemacht. Geil. Mit eurem ganzen Können faltet ihr den Schneebesen zu einem Brett. Leg Brett auf Lücke vielleicht? Auf Lücke. Aha. Da heißt der Typ von der AfD nicht Lücke. Es funktioniert aber. Leg das Brett auf Lücke. Ja. Das sollte ausreichen, um sicher hinüber zu kommen. Okay. Also, dann können wir jetzt nach Norden laufen. Nach Norden. Mhm. Unteres Dach. Als ihr das untere Dach betretet, rutscht ihr auf einem losen Dachziegel aus und verliert das Gleichgewicht. Ihr schlittert die Dachfläche entlang und rudert verzweifelt mit den Armen, aber ihr findet keinen Halt. Hilflos rutscht ihr über die Dachkante und klammert euch instinktiv daran fest, denn unter euch ist plötzlich nichts mehr, außer einem tiefen Abhang. Überraschung. Scheiße, weißt du, was das bedeutet? Äh, äh, dass wir jetzt Klimmzüge machen müssen. Auch. Dass wir nichts falten können. Wir können nichts falten, weil unser Brett ist da oben. Ja, außerdem haben wir beide Arme am Dach. Wenn wir jetzt das falten wollen, dann, ne? Ach so, ja, das stimmt. Weißt du, warum Flamingos immer auf einem Bein stehen? Weil's kalt ist? Keine Ahnung. Na, wenn sie das andere auch noch anziehen würden, würden sie oben fallen. Ah! Das stimmt gar nicht. Sie würden nach unten fallen. Ah! Tatsache, würden sie auf jeden Fall in eine unkomfortable Situation geraten. Genau wie wir, wenn wir jetzt was falten würden. Es sei denn, wir können mit einer Hand was falten. Aber wir können ja eh nichts falten, wenn das Brett oben ist. Da hast du schon recht. Also, wir können jetzt also nach Lautausgängen, die da oben markiert sind. Runter. Können wir runter, nach Osten oder Westen? Sehr schön. Schau dich um. Ja, schau dich um. Aber da wird wahrscheinlich wieder das Gleiche stehen. Also, das untere Dach hängt hier über einem gähnenden Abgrund. Unter euch sind schroffe Felsen. Die Dachkante führt nach Westen und Osten, um das Gebäude herum. Auf der Lücke ist ein Brett. Auf der Lücke ist ein Brett. Schöner Satz. Pass auf. Hier, nimm ein Brett. Brett. Das Brett ist zu weit weg. Eure Arme schmerzen von der großen Belastung. Also, ich bin hier aber auch so eine kleine Mimi, ne? Es ist witzig eigentlich, weil wir können nach runter loslassen oder so. Nee, lass mal. Wie wäre es denn jetzt mit Osten oder Westen? Was schlägt da hervor? Ja, im Osten geht die Sonne auf, oder? Also, ab da hin. Also, Osten, genau. Rückseite an der Dachkante hängend. Ihr seid an der Stelle, wo ihr den Eingang zur Burg vermutet. Der tiefe Abgrund ist verschwunden und einige Meter unter euch befindet sich ebenes Gelände. Die Dachkante läuft nach Osten und Westen um das Gebäude herum. Unter euch befindet sich, wie gerufen, ein Heuhaufen. Ja. Heuwagen. Entschuldigung, ja. Mein Fehler. Ich werfe mich doch nicht in Heuhaufen. Warum nicht? Auf dem Heuwagen ist ein Heuhaufen. Also, kommt auch das gleiche raus, oder? Nee, das ist was anderes. So, wir können jetzt runter und raus. Ich weiß nicht, was raus sein soll. Aber ich würde sagen runter, oder? Ja. Ihr blickt noch einmal nach unten, um euch zu vergewissern, dass der Heuwagen unter euch ist und lasst dann los. Der Fall kommt euch endlos vor. Aber ihr landet sicher in dem weichen Heuballen. Schön. Schau dich oben. Vielleicht ist da ja was Schönes drin. Jetzt sind wir auf der Ebene vor der Burg. Ach, wir sind schon davor. Interessant. Ja, genau. Wenn ich auf der ersten Karte schaue, dann ist, waren ja die, der Burghof, da so eine Vorratskammer im Norden und im Osten die Stelle. Im Süden war die Wachstube, wo wir herkamen, ganz am Anfang. Und nach Westen, davor steht das Wort Ebene. Also sind wir tatsächlich auf der, ah ja, okay, und auf der großen Karte mit dem Hafen und so, da steht jetzt auch Ebene. Also fairerweise stand das auch vorher schon da, aber Ruhe. Hallo, wir sind ja gerade in einer Action-Sequenz. Ach so, Entschuldigung. So, also ihr befindet euch. Dann lassen wir uns doch noch was lesen. Ja. Lies es bitte actionmäßig vor. Äh, wie, was? Ihr befindet euch auf einer kleinen Ebene vor der Burg. Ach so, stimmt. Die mächtigen Türme sind weithin sichtbar und zwei rostige Eisentore im Osten stellen den einzigen Zugang in die Burganlage dar. Im Westen seht ihr die Hügelkuppe, auf deren Kamm die Reiter des Dibus oder so, in einer schier endlos langen Reihe auf ihren Einsatz warten. Im Südwesten liegt die Küste, im Norden der Wald und im Osten das große Tor, das auf den Burghof führt. Auf dem Heuwagen ist ein Heuballen. In dem Heuballen sind wir, ne? Ja, das stimmt. Weißt du, was mich wundert? Ich meine, wenn die diese Burg sprengen wollen, ne? Wozu brauchen die denn die ganze Reiter? Sprengt halt die Burg. Ja, ich glaube, dass die, die da drin sind, das verhindern wollen würden, laut Briefen. Na gut, also, schau, ne, untersuche Heuballen. Vielleicht ist da ja eine Nadel drin. Vielleicht findet man die in Heu. Nicht wahr? Naja. Der Heuballen ist von eurem Aufprall ziemlich platt gedrückt worden. Ihr liegt auf dem Heuballen. Na gut. Steh auf. In Ordnung. Ihr steht auf dem Heuwagen. Ja, wenn wir jetzt... Also was ist denn, steh auf, oder was? Ja. So. Okay. Wo gehen wir denn jetzt lang? Raus vielleicht aus dem Heuwagen? Ja. Raus. In Ordnung. Ihr verlasst den Heuwagen. Sehr gut. Ich gucke mal drunter. Schau unter Heuwagen. Nichts Ungewöhnliches. Hätte ja sein können. Also, wir können gerne mal nach Osten versuchen. Ist immer gut. Zu gehen, aber... Ach so, nee, ja. Da ist die Burg, ich nehme mal an. Ja. Ja, genau. Das große Tor ist anscheinend abgesperrt. Komisch. Bei einer Belagerung. Das heißt, wir können nach Norden in den Wald. Da hätte niemand mit gerechnet. Wald. Klingt eigentlich ganz gut, ne? Da sieht uns keiner. Und wir können das Heer umrunden und Frau Midori suchen vielleicht. Die wedelt ja mit dem Banner rum. Die kann man ja nicht so leicht verfehlen, ne? Die lief aber auf die Hügelkette zu, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, richtig. Oder was geht noch nach Südwesten? Das ist die Küste. Küste. Ja, wie kommen wir denn jetzt hinter die Hügelkuppe? Da müssen wir umrunden, ne? Ja, laut Karte. Ja, theoretisch schon in den Wald. Dann in die alte Jagdhütte. Dann an die Kreuzung. Dann sich zum Reisfeld. Ja, jetzt komm, jetzt pass auf. Südöstlich über die Straße. Pst, pst, pst. Nicht alles verraten. Jetzt erst mal in den Wald. Theorie. Erst mal in den Wald. So. Ich wüsste nicht, was ihr jetzt im Wald verloren habt. Frau Midori ist wichtiger. Ja, das machen wir doch. Dann lass uns mal nach Südwesten gehen. An die Küste. In der Hoffnung, dass das auch nicht geht. Geht auch nicht. Gut. Also Westen. Hügelkuppe. Hügelkuppe. Eine kleine Straße windet sich nach Nordwesten über die hügelige Landschaft. Die Täler und Anhöhen sind Vorläufer der Berge im Norden und lassen Wanderer nur mühsam vorankommen. Auf steinigen Passagen zwischen Schraufenfelsen und dichten Wäldern. Okay. Die Burg Nagayo liegt genau zwischen der Küste und dem Hof Wakayama, wo der Daimo residiert. Im Westen spitzt das Zelt des Daimos über den Kamm. Das spitzt. Das ist schön. Ah, ja. Einige Bogenschützen, einige Fußsoldaten und einige Reiter stehen hier. Ja. Äh. Nimm Bogenschütze. Ne, was machen wir denn jetzt schon? Also bestimmt ist die Dame unseres Anliegens in dem Zelt vom Daimyo. 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 Ja. Warte mal kurz, ich muss mal kurz. Die Burg Nagayo liegt genau zwischen... Nagoya übrigens, ne? Was sag ich immer? Nagayo. Ja, die Burg halt. Die Buchstaben sehen ja auch immer so ähnlich aus, ne? Die Burg Nagoya, Entschuldigung, ja, liegt genau zwischen der Küste... Okay, ich vergleiche es mit dem Bild, ja. Und dem Hof Wakayama... Ah, naja, bedingt. Wo der Daimo residiert. Ja, der ist da halt. Im Westen spitzt das Zelt. Okay. Ähm, ja, dann lass uns doch mal nach Westen gehen, wa? Zum, zum Schäfer hier. So, das Zelt ist eine notbedürftige Schutzbehausung für den Befehlshaber. Es ist mit Wappen des Daimyo bestückt. Zwei Leibwachen stehen... Äh... ...neben einer Art Thron. Die Schwerter griffbereit, den Blick unablässig auf euch gerichtet. Vor dem Daimyo steht ein Holzmodell, das die nähere Umgebung zeigt. Ihr seid vor eurem Herrscher auf den Boden gefallen. Ach, unsere. Äh, und auf euren Knien bis direkt vor den Thron gerobbt, wo ihr abwartend verharrt. Der Daimyo starrt euch an, offensichtlich maßlos verärgert über so viel Unhöflichkeit. Hä? Hallo, wir sind doch schon auf dem Boden. Hä? Also, woher kennen wir den Typ überhaupt? Und das... Okay. Äh, 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 äh. Was hätten wir denn sonst machen können? Ich schau mich gleich nochmal an. Irgendwie schau... ...dich an. Oh. Hm, also... Okay, also steht der normale Text da. Deine Beschreibung, warum du hier bist und so weiter und so fort. Ich wollte eigentlich bloß nochmal gucken, ob irgendwas mit dem Daimyo dasteht. Aber es ist tatsächlich nur Tochterherrn Yoshikatas. Egal. Aber unten drunter steht jetzt... Hm, die Kriegermönche sollten besser weiter südlich in Stellung gebracht werden, murmelt der Daimyo und rückt die Figuren auf dem Modell zurecht. Okay, also hier sprich... Das steht bei mir gar nicht da. Ja, das ist wahrscheinlich wieder eins dieser... Sprich mit Daimyo. Auch hier, weit entfernt von dem höfischen Leben in Edo, ist eine gewisse Höflichkeit Grundlage eines erfolgreichen Gesprächs. Ehrenwertes Raubein. Ja, was nu? Soll ich ihn hauen oder wat? Ne, erstmal ein Teechen vielleicht. Ach so. Ach, by the way, ne? Haben wir noch welchen? Wir sind immer noch als schlechte Keisha verkleidet. Ja, ist ja okay. Inventar. Ihr habt ein Schreiben, eine Essschale. Wir könnten Nattos anbieten. Ein Töpfchen, eine Kanne und ein Geheimniskästchen bei euch. Ihr habt einen gemusterten Kimono und eine beschnitten Mähne angezogen. In dem Geheimniskästchen befindet sich ein Satz Schriftstücke. Ja, was? Na, wie wär's, wenn wir... Ach nee, die Schriftstücke bringen jetzt nix, weil die hat er ja geschrieben. Die Essschale. Ich probier's einfach. An dein Yo. Nee? Äh, das ist auch nicht. Vielleicht verbeugt... Verbeug dich. Ah ja, hier, guck. Verbeugen geht. Wie kann man sich bitte auf dem Boden kniend verbeugen? Ja. Äh. Ihr verbeugt euch so tief es geht vor dem Daimyo. Ist das wirklich das richtige Wort? Daimyo? Naja. Und verharrt auf dem Boden. Schließlich bedeutet er euch mit einem kaum merklichen Winken, dass ihr wieder aufblicken dürft. Seine Mine hat sich etwas aufgehellt, aber er beachtet euch nach wie vor kaum und richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf das Modell und die Holzfiguren. Äh, wie haben wir bitte gesehen, dass er gewinkt hat, wenn wir unseren, unser Gesicht in den Rasen drücken? Ähm, der Luftzug vielleicht. Beim Winken. Sehr gut. Er hat so intensiv gewunken, dass, ähm, ja. Ja. Ja, toll, jetzt können wir, jetzt stehen wir und der schwätzt immer noch nicht mit uns. Das ist doch albern. Der olle Daimyo, Mensch. Sag mal. Was machen wir denn jetzt? So, pass auf. Ich habe jetzt hier mal, ähm, ich gucke jetzt gerade hier. Jetzt mach das doch mal auf. Äh, was eigentlich ein, ein Daimyo ist, ja. Äh, das wird im Deutschen oft als Fürst bezeichnet. Und das waren die lokalen Herrscher im feudalen Japan. So. Also schwätzt hier gerade ein Fürst zum anderen. Ja, das sind doch alles so eine gewisse Politiker halt. So. Jetzt, ja. Haben wir uns verbeugen? Wollen wir uns nochmal verbeugen oder was? Was ist denn los? Wollen wir vielleicht einfach gehen? Der Typ interessiert uns doch überhaupt nicht. Wir wollen die Frau. Ja, wir können aber nur nach Osten, obwohl, zur Ost... Oder, 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 pass auf. Weißt du, wie wir seine Aufmerksamkeit kriegen? Wir schmeißen das blöde Holzmodell einfach mal um. Ja? Zack! Nimm Holzfiguren, ja. Nimm, ja. Nimm, Holzfiguren. Holz, ja. Ihr solltet besser die Finger davon lassen, denn der Daimyo ist heute nicht zum Scherzen aufgelegt. Ja, wir auch nicht. Hallo. Oh. Daimyo. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Warte mal, ich spreche nochmal mit ihm. Zum Sprich mit Daimyo. Ach, guck, jetzt kann man wenigstens mal mit ihm reden. Ach, kiege an. Ach, guck. Entschuldigt, oh große Daimyo. Hast du da Lautschrift? Spricht man das wirklich so aus? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich dachte, bei dir steht irgendwas mit... Ja, da ist halt so ein Kringel über dem Ohr, aber was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Ach so. Also. Entschuldigt, oh große Daimyo, sagt ihr, ich bin nur ein niedere Zurfe in Diensten der Mitsunargis. Dürfte ich trotzdem einen Moment euren wertvollen Zeit beanspruchen? Nee, nicht, wenn du den Satz nicht hinkriegst. Aha, ich verstehe, antwortet er. Nun gut, ausnahmsweise. Kann da jeder Hans Wurst mit ein bisschen Schminke zum... Frau Wurst. Zum Master auf das... Ja, okay. Wir sind weiblich verkleint. Na gut. Die Burgenschützen sollten besser östlich in Stellung gebracht werden, murmelt der Daimyo und drückt die Figuren auf dem Modell. Hätte sich vielleicht mal alles vorher überlegen sollen, wenn er hier eine Burg sprengen will. Ja gut, ja. So. Ja, jetzt müssen wir nochmal ansprechen, oder? Sprich mit Daimyo. Ihr habt schon die Aufmerksamkeit des Daimyo. Okay, Hammer, gut. Da müssen wir ihm jetzt wahrscheinlich was geben. Wollen wir ihm irgendwie... Also das mit den Schriftstücken ist ja Quatsch, ne? Theoretisch schon, weil die kennt er ja. Genau. Warte mal, ich gucke nochmal ins Inventor. Gucke ich auch gerade an, oder? Ist ja auch nichts. Ah, warte mal. Sprich mit Daimyo über... Wie heißt die Olle? Genau, über Frau... Midori, oder? Midori, ja. Midori. Das geht auch nicht. Die Geschichte versteht diesen Befehl nicht. Warum auch? Frag Daimyo über Frau Midori. Ah ja, guck mal hier, da kommt jetzt Text. So, ihr fragt den Daimyo, ob er weiß, wo sich Frau Midori momentan aufhält. Ich darf euch versichern, antwortet Daimyo, dass sich Frau Midori in bester Gesundheit erfreut. Ja, sie kam zu uns, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln, aber mit Frauen verhandle ich nun mal bedauerlicherweise nicht. Ja, das könnte ein guter Kumpel von dir sein, Frag. Ihr seid da auf einer Weltlänge. Stellt euch als Frauen, Frag. Ja, ich sage nur, dein Zitat von letzter Folge. Stattdessen habe ich sie in meinen Obhut genommen. So nennt sich das also. Sie befindet sich ganz in der Nähe, aber nicht im Lager. Denn Schlachtfelder sind nun mal nichts für junge und zarte Damen. Wir werden sehen, ob dieser Umstand Herrn Mitsunari zur Vernunft bringt oder ob er macht eine bedeutungsvolle Pause. Wollen wir jetzt warten? Komm, wir gehen mal Warte ein. Warte. Bei mir steht noch was, aber es ist wieder so ein doofer Satz. Nee, auch wenn ich warte, er führt seinen Satz nicht fort. Schau dich um. Okay, also im Grunde genommen hält er Frau Midori als Geisel, könnte man sagen. Und er hofft halt, dass dann der Mitsunari sagt so, ach, guck, jetzt haben die meine Frau, dann gehe ich doch aus der Burg raus. Was irgendwie auch keinen Sinn macht, warum die dann freiwillig dahin gerannt ist. Aber gut. Die ist also in der Nähe. Vielleicht können wir jetzt in den Wald. Weil jetzt wissen wir ja, dass sie anscheinend nicht im Lager ist. Ja, probieren wir es mal. Gehen wir mal nach Osten, wa? Ja, so. Und jetzt? Steht hier was Neues? Nee, ne? Nee, alles gut hier. Okay, jetzt kommen wir nach Osten. Das wäre auf die Ebene zurück. Ja, ja. Nach Westen zum Zelt oder nach Nordwesten zur Straße. Nee, nee, wir sind nicht vor der Burg. Wir sind auf der Hügelkette. Zur Burg geht es zwar nach Osten, aber dazwischen ist die Ebene. Ja, okay, also ich bin jetzt auf der Ebene. Willst du in den Wald, ne? Ja. Okay. Okay, dann jetzt von hier aus nach Norden. Ah, jetzt geht es tatsächlich. Mitten im Wald ist es schattig und kühl. Die Bäume stehen dicht an dicht und das Dämmerlicht erschwert die Orientierung. Im Wald ist die Gefahr, sich zu verlaufen, zu groß. Also bleibt euch nur der Weg nach Süden, Nordwesten oder Nordosten. Okay. Ja, gut. Also ich kann jetzt gerade auf der Karte nicht mehr wirklich nachfolgen, wo wir, also, wieso Nordosten? Also Süden geht es zur Ebene zurück, Nordwesten zur Jagdhütte, aber Nordosten kann ich nicht nachvollziehen. Nicht? Nö. Dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal zur Jagdhütte, oder? Ja, okay. Was ist das? Nordwesten. Nordwesten. Also theoretisch. Okay, da steht nochmal Wald. Okay, alles klar. Ist wahrscheinlich so ein... Mitten im Wald ist es schattig und kühl. Der Wind weht kälter und wirft die Blätter hin und her. Die Nacht verspricht eiskalt zu werden und das Dämmerlicht erschwert die Orientierung. Ja. Ein Fleckenmoos bedeckt hier den Waldboden. Steht bei mir. Warte mal. Untersuche Moos. Vielleicht ist da ja was drin. Das Moos ist weich und feucht und es sind Fußabdrücke darin zu erkennen, als ob hier kürzlich jemand vorbeigekommen wäre. Nein, Untersuche Fußabdrücker. Wenn ihr es richtig interpretiert, waren es drei Personen, die nebeneinander gegangen sind. Vielleicht zwei Wachen, die eine Gefangene in ihrer Mitte abführt. Nein. Ich würde sagen, wir gehen weiter nach Nordwesten. Das war ein sechsbeiniges Getier. Nordwesten, ja. Leise Geräusche dringen an euer Ohr. Vögel oder menschliche Stimmen. Ihr könnt es nicht sicher sagen und das Dämmerlicht erschwert die Orientierung. Ja, dann weiter, oder? Ja, wir können es nach Nord... Ne, nach Westen können wir jetzt. Wir können nicht mehr nach Nordosten. Immer nach Westen, ne. Kreuzung. Der Weg gabelt sich hier in verschiedene Richtungen. Im Norden liegt zwei Tagesreisen entfernt der Hof Wakayama. Ah, okay, jetzt sind wir da. Okay, ich verstehe. Und im Osten führt der Weg in einen dichten Wald. Im Süden könnt ihr wegen der vielen Hügel kaum etwas erkennen. Doch euer Orientierungssinn, der euch bislang nur selten im Stich gelassen hat, sagt euch, dass irgendwo hinter den Hügeln die Burg Nagoya liegen muss. Da kommen wir ja gerade her. Ja, das heißt, okay, das ist also ein Rätsel, wie man zur alten Jagdhütte kommt. Aber wir waren scheinbar laut des Moses. Ja, das war gut. Also des Gewächses, nicht der Person. Wollen wir da nochmal zurückgehen, oder was? Ja. Also jetzt einfach nochmal... Nach Osten. ...nochmal zu den Hügeln. Da sind wir jetzt... Was? Ach, guck mal hier. Wo bist du jetzt hingekommen? Nach Osten. Ja, okay. Der Weg ist von Wurzeln durchkreuzt und ihr bleibt stehen. Plötzlich meint ihr, eine Bewegung zwischen den Bäumen erkannt zu haben. Ihr fahrt eine Weile, aber die Bewegung war wohl doch nur Einbildung und das Dämmerlich erschwert die Orientierung. Okay, jetzt können wir wieder nach Westen gehen, wo wir gerade herkommen. Ich würde sagen, wir gehen nicht nach Südosten, noch nach Westen, sondern nach Nordosten. Nordosten. Wald. Oh, hier. Ein Baumstumpf liegt im Halbschatten der Bäume. Untersuche Baumstumpf. Der Baum ist knapp über dem Erdreich abgesägt worden. Und in den engen Jahresringen seht ihr mit fachkundigem Blick, dass das Holz bestens für die Papierherstellung geeignet wäre. Gut für die Info. Danke für die Info. Vielen Dank. Machen wir später einen Papierhandel auf. Obwohl, Papier können wir falten, ne? Nicht, dass es... Ja, aber wir haben kein Messer, oder? Selbst wenn, könnten wir so auf die Schnelle kein Papier herstellen aus Holz. Und ganz dünn abschneiden. Wir können jetzt weiter nach Nordosten oder in den Südwesten, wo wir herkommen. Ich würde sagen, wir gehen nach Nordosten. Wald. Mit jedem Schritt fällt es euch schwerer zu sagen, wie lange ihr schon in diesem Wald seid. Vermutlich länger als gut ist. Die Bäume scheinen euch mahnende Worte zuzuflüstern und das Dämmerlicht schwert die Orientierung. Ja gut. Jetzt können wir nach Südwesten und Südosten gehen. Ja, Südosten. Wir gehen einfach nach den Beichen. Irgendwo kommen wir raus. Hier, guck mal da, steht ein Findling. Ach guck. Ein Findling liegt hier am Wegesrand. Untersuche Findling. Der Findling ist riesengroß und auf den ersten Blick meint man, ein schlafender Bär liege da im Schatten der Bäume. Hm. Okay, also wir können nach Nordwesten, nach Südosten und nach Südwesten. Nordwesten, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich die Orientierung verloren. Wir sind immer noch im Wald. Ich glaube, wir verlaufen uns gerade ordentlich. Ja, ja. Sieht so aus. Dann lassen wir mal kurz zurückgehen. Wir sind nach Nordwesten gegangen. Also gehen wir noch mal nach Südwesten. Südosten. Südosten, genau. Dann nehmen wir den anderen Weg hier. Das heißt, Südosten, also Nordwesten. Nee, da sind wir doch eben hingegangen. Nein, nein. Du musst, nee, aber bevor wir, also, pass auf. Du musst ja jetzt alle Schritte, die du gegangen bist, zurückgehen. Eben sind wir nach Nordwesten, also müssen wir jetzt nach Südosten. Das sind wir gegangen gerade. Bevor wir nach Nordwesten gegangen sind vorhin, was wir gerade revidiert haben, sind wir nach Südosten gegangen. Südosten. Also müssen wir jetzt nach Nordwesten. Wenn du das sagst. Das sage ich. So. Ihr könnt nicht in diese Richtung gehen. Was? Ach so, ich habe Nordosten eingegeben. Das ist natürlich Quatsch. So, jetzt hier. Ach, jetzt hören wir schon wieder menschliche Stimmen. Echt? Ja, stimmt. Also, ja, okay, das ist anscheinend so ein zufälliger Text, der nichts zu sagen hat. Okay, danach, davor. Ja. Sind wir nach Nordosten. Also müssen wir jetzt nach Südwesten. Aha. Da ist der Baumstumpf nämlich wieder. Hahaha. Also, ich sehe schon, du, ja. Baumstumpf. Du notierst dir das alles, ne? Ne, habe ich ehrlich gesagt. So jetzt langsam verliere ich dann doch die Orientierung. Dreimal zurückgehen, das kriege ich noch hin. Warte mal, warte mal. Also, warte mal. Wir haben Südosten eingegeben, das war, gegeben, das war das, dann das, dann das. Also, ich versuche es noch einmal, äh, Nord, Osten, äh, Südwesten. Und jetzt Westen. Yay, wir sind in der Kreuzung. Ich habe es geschafft. Ja, aber da waren wir doch vorhin schon. Ja, aber über die Kreuzung kommen wir über das Reisfeld und die Straße zur Hügelkette, ohne dass wir durch den Wald müssen. Aha, na dann. Verstehe ich. Also, wir gehen jetzt nach Süden. Aha, Süden. Reisfeld. Die Straße verläuft hier an einem Hang, der für den Reisanbau genutzt wird. Die Reisfelder staffeln sich in Terrassen den Hang hinauf und bilden eine grüne Oase in der steinigen und unwirtlichen Umwelt. Umgebung, Entschuldigung. Im Norden seht ihr eine Kreuzung und im Südosten für die Straße in hügeliges Torrent. Zahlreiche Bauern sind gekommen, um die Reispflanzen zu ernten. Ach, das ist ja nett. Ich würde sagen, wir gehen weiter nach Südosten. Straße. Eine kleine holprige Landstraße macht hier einen Bogen von Südosten nach Norden. Sie ist nicht breiter als ein Heuwagen und verdient den Namen kaum, denn das lose Geröll macht jeden Schritt zur Qual. Ihr fragt euch, welcher Umbauaufwand wohl nötig ist, damit die schwere Warenlieferung zum Hof Wakayama im Norden über dieses Armutszeugnis transportiert werden kann. Eine Frau zieht einen schweren Wagen die Straße entlang, als plötzlich der Belag nachgibt und der Wagen in den Straßengraben rutscht. Die Frau stemmt sich verzweifelt dagegen, kann den Wagen aber nicht aufhalten. Der Wagen bewegt sich kein Stück mehr, so sehr die Frau auch zieht und zerrt. Schließlich gibt sie auf und sinkt am Straßenrand zu Boden. Ja, du, da kann man nichts machen. Geh mal weiter, gell? Ja. Nee, er sprich mit Frau. Vielleicht ist das ja Frau Midori. Sehr wahrscheinlich. Sie sitzt in sich zusammengesunken da und reagiert nicht, so sehr ihr auch versucht, die Aufmerksamkeit der Frau zu erlangen. Ah ja, du, wir haben uns ja möglichst das getan. Da kann uns keine Vorurteile machen. Wir rufen gleich noch 112 an und dann machen wir uns weiter. Ich würde sagen, wir setzen uns dazu und machen uns ein paar Gedanken, wie wir die Frau zum Reden bringen. Aber was da rauskommt, das erfahrt ihr, liebe Zuhörer, dann in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist vorbei. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu hören. Es gibt nichts zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020